Grüß dich Leute, heute am 19. ist ja mein siebenjähriges Jubiläum auf YouTube und aus diesem Grund gibt es ja heute den PUBG Community Livestream um 20 Uhr. Würde mich also sehr freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet um 20 Uhr auf dem Link in der Videobeschreibung. Und ja, falls ihr PUBG habt oder falls ihr einfach nur zuschauen möchtet und dann würde ich euch sagen, wir sehen uns dann und bis dahin sage ich Tschüss Leute!